Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Let's Play... Verdammt! Schon wieder! Mio! Das will ich mich nicht anhören, dann kriege ich keinen Saus. So Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Five Nights and Freddy's. Wir versuchen wieder die fünfte Nacht zu überleben, die ziemlich heftig wird. Wir werden es genau wie in der vorherigen Nacht machen. Wir werden einfach nur kurz Freddy gucken, Foxy gucken, mehr gucken, nicht da. Und versuchen diesmal zu überleben und hoffen wir schaffen die fünfte Nacht. Freddy gucken, Foxy gucken, Freddy gucken. Ja Leute, ich bin angespannt. Bitte wundert euch nicht. Ja Leute, ich hoffe, dass ich laut genug bin. Und wenn, hoffe ich nicht laut, zu laut. Denn, ähm, ich musste mein Mikro irgendwie einstellen, dass ich nicht zu laut war. Und das war nicht so einfach, wie es aussah. Äh, was heißt aussah? Einfach war, sag ich jetzt mal. Ich hoffe, wir schaffen das. Weil ich will nicht von einem Jumpscare... Oh fuck, da ist Freddy. Okay. Jetzt habst du von dir ab die Kamera gucken. Freddy hat sich bewegt, wir waren zu langsam. Oh Leute, hab ich... Oh, scheiße. Hab ich mich grad erschrocken. Scheiße, ich hab aus Versehen die Kamera... Scheiße. Ich hab aus Versehen die Kamera hochgemacht. Einmal ganz kurz und wieder runter. Scheiße, hab ich mich grad erschrocken. Haha. Wie geil, Alter. Okay, Leute. Okay, Leute. Oh mein Gott, Bunny. Oh, Mann, hab ich mich erschrocken. Oh, ich hasse es. Bunny? Oh nein, okay, Bunny ist weg. Daher, dass wir Bunny auf der Kamera sehen können, ist es leichter, ihn... zu verfolgen. Oh, Leute. Nur nach 62 Prozent, das ist gar nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Egal. Versuchen wir uns hier auf das Spielkloch konzentrieren. Ich hätte schon wieder bei einer Freddy vergessen. Wir müssen trotzdem sparsamer mit dem Strom umgehen. Kameras bewegen sich. Bunny ist weg. Ich hör immer was laufen. Oh mein Gott, da ist er schon wieder. Er ist weg. Da ist Bunny. Sehr gut. Brauchen wir nur das Licht gucken. Ich weiß, ich traue Bunny nicht. Und so wie jetzt auch nicht. Oh ja, Bunny ist ziemlich aggressiv. Ziemlich aggressiv. Er ist weg. Da ist Bunny. Er ist wieder weg. Chica ist da. Chica ist weg. Fox ist fast raus. Oh Leute, das wird knapp. Das wird ziemlich knapp. Fox ist noch da. Oh, drei Uhr morgens. 38 Prozent, Leute. Das wird ein Rennen, um es zu überleben. Oh mein Gott, Bunny. Schon wieder. Aber, er ist noch da. Bunny ist noch da. Oh, Bunny nimmt mir jede Menge Strom weg. Fick dich, Bunny. Verpiss dich einfach nur. Einfach nur. Fuck you. Fuck you. You asshole. Okay. Hi, Chica. Du pizza-fressende Ente. Er ist weg. Gut. Schica steht da. Fox ist noch da. Oh, Leute. 23 Prozent und... Ah, Leute. Ah, Leute. Boah, Leute. Ich bin gerade so richtig angespannt, ne? Fuck, Alter. Oh mein Gott, Fox ist weg. Das muss ich ein bisschen verschleiern. Oh, jetzt haben wir noch keine 20 Prozent mehr. Jetzt haben wir nur noch 16 Prozent. 15. Scheiße. Ja. Oh, 15 Prozent und vier Uhr morgens, Leute. Oh, aber das wird knapp. Das wird richtig knapp. Halt, Chica. Nein. Oh. Oh, Leute. Oh, das war knapp. Oh, oh. Leute. Oh Gott. Oh Gott. Tür auf. Okay. Er ist auch weg. Sehr gut. Fünf Uhr morgens. Oh, Freddy ist weg. Das ist Freddy. Oh, Leute. Vier Prozent. Oh, das wird so knapp, Leute. Oh mein Gott. Drei Prozent. Komm schon. Gib mir den Fünf am Morgen. Äh, nicht fünf. Sechs am Morgen. Bitte. Nein. No. Oh, nein. Nein, Leute. Ich glaube das nicht. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft, Leute. Ich glaube das nicht. Wir haben es so... Oh. So knapp, Leute. Ich glaube es nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ach, komm schon. Die paar Sekunden. Das darf nicht euer Ernst sein. Ja, Leute. Wir haben es geschafft. Yay. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen, Leute. Wir haben es geschafft. Die fünfte Nacht gehört uns. Oh, wir haben es geschafft, Leute. Und wir haben unser Geld bekommen. Was, noch? 120 Euro? Das... Dollar... Für 120 Euro? Fünf Tage so ein Albtraum? Das ist so eine Farsche. So eine Kacke aber auch. Egal. Wir sind Mike Schmidt. Haben 120 Dollar verdient. Und... Haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben alle fünf Nächte überlebt. Aber es gibt ja noch... Die sechste Nacht. Ja. Eine sechste und noch schlimmere Nacht. So eine Scheiße aber auch. Ich denke... Ah, soll ich mal reinschnuppern? Soll ich mal gucken, wie die ist? Ähm... Ach ne, wisst ihr was? Wir machen die sechste Nacht beim nächsten Part. Ähm... Sechste Nacht wird wahrscheinlich noch schlimmer als die fünfte. Aber wahrscheinlich... Ich weiß, dass wir sie schaffen werden. Ich weiß es. Wir haben die fünfte Nacht geschafft. Also kann die sechste Nacht auch nicht viel schwerer sein. Wir sehen uns dann aber beim nächsten Part wieder. Euer Yoshigema. Bis dann, Leute. Ciao, ciao. Yo. Und vergesst natürlich... Ja. Ich hab... Ich muss mich daran gewöhnen. Tut mir leid, Leute. Vergesst nicht, mich abzuabonnieren. Es würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt. Und findet... Wen ihr am gruseligsten findet. Wen findet ihr eurer Meinung nach am gruseligsten? Foxy? Freddy? Den blöden Cutbär hier? Bunny? Oder Chica? Welcher von den vier macht euch am allermeisten Angst? Ihr findet in der Videobeschreibung wieder meine Facebook-Seite. Könnt mich schreiben. Und so weiter und so fort. Ich freue mich darauf, wenn ihr mir schreiben würdet. Und... Ja. Was ich noch sagen kann, ist, dass wir in der sechsten Nacht einen noch ganz neuen Gegner kriegen. Wir haben ja jetzt von bis zur fünften Nacht Foxy, den Fuchs, Bunny, den Hasen, Chica, The Chicken und Freddy Fastbär gekriegt. In der sechsten Nacht kriegen wir noch einen fünften Gegner. Dieser Gegner soll aussehen wie Freddy. Also ist auch wieder ein Bär. Und soll unterschiedlich auftauchen. Und man soll ihn irgendwie bekämpfen können. Direkt. Irgendwie. Ähm. Ich weiß aber nicht wie. Genau. So genau weiß ich jetzt nicht gerade. Aber wir kriegen noch einen fünften Gegner dazu. Und ich bin gespannt, wie wir den besiegen werden. Oder wie er uns entgegenkommt. Oder ob er uns töten wird. Wir werden das sehen. Und... Ja. Ich würde sagen... Dann sehen wir uns im nächsten Part, meine Freunde. Euer Yoshi Gamer. Bis dann... Bis... Zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Yoshi. Yoshi. Cheers.